In diesem Video werde ich Ihnen ein sehr mächtiges Getränk vorstellen, wie Sie rasant abnehmen können und zwar indem Sie das jeden Morgen trinken und das für mindestens 7 Tage lang, damit Sie einen flachen Bauch bekommen und deutlich abnehmen. Und los geht's schon mit der ersten Zutat. Beginnen wir mit dem ersten Schlüsselelement unseres perfekten Getränks, warmes Wasser. Es mag einfach erscheinen, doch die Wirkung von warmem Wasser am Morgen ist nicht zu unterschätzen. Es stimuliert die Verdauung und setzt Ihren Darm in Bewegung, während es gleichzeitig Ihr Nervensystem weckt und auf die bevorstehende Nahrungsaufnahme vorbereitet. Der zweite Faktor in unserem perfekten Getränk ist Zitronsaft. Die enthaltenen magischen Enzyme und das Vitamin C reinigen Ihren Körper und stärken das Immunsystem. Zitronen wirken als natürlicher Reiniger für Ihr Blut und Ihr Verdauungssystem und bieten zusätzliche diuretische sowie sanfte abführende Eigenschaften, um Flüssigkeit, Retention und Blähung entgegenzuwirken. Das dritte und letzte Element, das unser Getränk perfekt macht, ist Apfelessig. Dieser unterstützt die Produktion von Magensäure und Verdauungsenzymen, was nicht nur Blähungen lindert, sondern auch die Effizienz der Eiweißverdauung steigert. Apfelessig trägt dazu bei, den Blutzuckerspiegel zu senken, den Stoffwechsel zu beschleunigen, Fett zu verbrennen und das Hungergefühl zu reduzieren. Die Kombination dieser drei kraftvollen Zutaten bildet das perfekte Getränk, das Sie jeden Morgen auf nüchternem Magen genießen sollten. Die Zubereitung ist einfach. Mischen Sie zwei Tassen warmes Wasser mit zwei Esslöffel frischem Zitronensaft und einem Esslöffel Apfelessig. Diese Mischung wird Ihr Wohlbefinden signifikant steigern. Wenn Sie dieses Getränk jeden Morgen zu sich nehmen, werden Sie Wunder erleben und Ihr Körper wird sich drastisch zum Positiven ändern. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben. Schreiben Sie auch gerne Ihr Feedback unten in die Kommentare. Und hier links und rechts und unter der Videobeschreibung werde ich noch Videos verlinken, die Ihnen gefallen können. Bis zum nächsten Video. Ciao.